hallo und willkommen hier bei terraria auf ein neues und auf ein weiteres und auf ein besseres und auf ein ich hab keine ahnung auf ein komm lass uns ganz viel schmutziges erz finden und es auch zu tage fördern das klingt doch gut ne? ach guck mal da ist das schon was das nehmen wir doch nicht mit damit kriegen wir vielleicht die erste rüstung schon fertig ja das ist wieder palladium jetzt könnte sein dass wir gleich eine rüstung fertig haben möchtest du die rüstung haben? ja warum nicht ich habe ja bisher mehr leben als du deswegen wäre es vielleicht gerecht in dem sinne dass du dann schon mal die stärke rüstung hast überlege ich mir noch sei ein guter schüler äh gut sein das ist doch langweil ne ne ich geh nicht mehr ins wasser ich habe gelernt hier versucht die alles umzubringen egal wie lieb das aussieht das bringt die am ende um ja richtig neben egal wie lieb die aussieht die bringen sich sowieso um da haben wir noch da lernt hier um den tings da vor komm du komischer typ da geh weg hast da wirklich keine chance gehabt zahle komische pflanze die man gegen farbe eintauschen kann die ne strange planche aber ne nach dem trank hier hat er aber noch einen hat er auch recht schön dass mir jetzt gerade für irgendwas folgt gut dass mein mana gereicht hat das wäre sonst sehr böse geworden 14 gegner nehmen aber wenn es sonst nichts ist war das crimpen oder? äh alt das ist das die rüstung die wir vom boss gekriegt haben sasche falls hier noch reden ist nö deswegen frage ich ja ja vielleicht erinnerst du dich ja jetzt weil ich dir darauf hingewiesen hab da sagst du so ah ja wusste ich doch ich wollte dich nur mal testen wäre jetzt dein nicht? nö ich kann auch gehabt dass der gegner mir hinten in den asch kommt hier mich textuell belästigt dieser komische käfer da hab ich hinter mir jetzt mal den gang zugebaut was auch manchmal ne echte schlaue idee ist aber man zu selten benutzt ah hier ist so ne schwert wie unser werter vorhin schon kennengelernt hat toll ich baue mich grad selbst ein wie gesagt naja die schwerte bringt dich zum schweigen by the way so ach jetzt ist tot wie du schon gesagt hast sie bringt dich zum schweigen überall ein bisschen verladium das letzte erst hab ich aber auch noch nicht gefunden weiß gar nicht mehr wie das letzte hieß vor allem ist es nicht unbedingt das letzte vor allem ist es nicht unbedingt das letzte sondern nur das das vier kommt ja noch mehr die waren ja fleißig mit ihren Updates also von der her jaja inspektor wird das mit dem spiegel bull gut ich sollte mir vielleicht auch mal neue rusten und so colen ich krieg die gegner auch schon nicht mehr tot Es ist oh oh Ich bin wo reingefallen, wo ich nicht sein möchte. Ich möchte hier nicht sein, ich möchte hier nicht sein. Lass mich gehen. Wo bist du denn schon wieder? Bei den Spinnen in den Gege. Geht weg. Lass mich einfach ruhig. Ich bin gar nicht da. Ach Gott. Ich glaube, ich habe noch das letzte Erd gefunden gerade. Da ist irgendwie etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Vor allem... Ja, bitte. Ich habe so ein Knicklicht geworfen. Bis dann irgendwann mal den Typen wieder suchen dürfen. Ich habe auch nur noch 52 Stück davon. Guck dir die Knicklichten. Ja du, du wurdest geköpft, weiße wer. Ja, hat auch mein Pferd am ausgefallen. Ah, da mein Tisch... Oh, habe ich gefunden. Ja, das neue. Nächste. Ach komm schon Junge, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, geh weg. Mein Gott. Mein Gott, der ist ganz schön nervig. Ne, der fasst du genauso schnell wie er hier. Frau Luffer. Ich übertrüpf' keiner, brauchst keine Angst haben. Ja dann. Als würde ich jemanden... mit der Entfernung wieder zurück dich, kriegt er vielleicht seinen wunderschönen Helm. Den er vielleicht gar nicht haben möchte. Wenn er ihn nicht haben möchte, nehme ich ihn jetzt. Er will ihn gar nicht haben, sehe ich ja schon. Ja. Was ist denn das? Melee. Range. Und das müsste dann Magie sein, genau. Ach guck mal, da kann ich mal Mana erhöhen. Da. Range, bitteschön. Wenn dieses Herr herkommt, kriegt er seine total schwule Ausrüstung. Bitteschön. Bitteschön. Und bitteschön. Bitteschön. Drei Teile. Drei Teile. Oder die nächste wird pink. Das war genau das richtige für dich, oder? Ja, find ich auch. Fand ich auch. Ich könnte noch einen Palladium Repeater erstellen. Das macht 34 Schaden, muss immer wieder mit Fallen kämpfen. Pfeile? Ja, das sind so alte Sachen, ne? Schon alt. Oder ich lass das einfach sein und guck, dass ich auch irgendeine Rüstung mal aufkriege. Ja, richtig. Könnte auch helfen. Ah, das ist viel zu einfach. Ah, da ist nichts. Einfach fallen lassen, ein Stück. Da ist nichts, da ist nichts. Nope, 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 nope. Hallo, Midoser. Ah, nix. Hier möchte ich ehrlich gesagt gar nicht sein. Hier braucht man so lange, um hier durch die Wände zu kommen. Hier haben wir euch Kalium. Hier braucht man so lange durch das Kristallmist. Hier fangnimmts! Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir den Blöck ab von Danke. Zu freundlich, spiel zu freundlich. ein bisschen tiefer dann kriegen wir dann kommen wir auf den stein wieder und können ja alles abformen dann müssen wir gleich wieder die altäre zu stellen welche erst mal welche finden ist glaube ich jetzt schon eher das problem ist zu stellen einen weiß ich zwar wo der ist aber den wollte ich behalten da wir sonst vielleicht nicht kröpfen können wir sich vor allem kröpfen oder ich sterbe einfach ist mal eine möglichkeit mein inneres wurde nach außen gekehrt ist auch sehr schön hat er so meine schöne seite nach außen gedrückt wunderbar das kann weg jeder mein äußeres mal erkunden mal anfassen fass mal an die 250 verkauft sich verkauft den verkörperten Körper 9 die lüge willig 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 auch in der normalen Aufmerksamkeit Dann hätte ich deinen Ofen, ist die Frage. Komm aus, woher? Ne, nehme ich einfach den dabei. Ne, gibt's noch nicht. Keine Andermatid-Schmiede. Quickstack. Der ist auch weg. Quickstack. Quickstack. Ach, du hast auch die Darlinien gefunden, okay. Weiß ich nicht. Quickstack. 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 Einfach immer durchlaufen und einmal Quickstack drücken. Kisten haben wir keine Beine. Da ist jemand, glaube ich, nicht gesprungen. Er wurde seziert, ah. Aber das zweite Wort... Brutal. Ja, wollte ich gerade sagen, das muss ich jetzt aber nicht noch betonen, oder? Warum lässt du dich denn schon wieder zitieren? Hat er dich wieder zu lieb gefragt, dass du nicht Nein sagen konntest? Die waren zu dritt und... ... hatten dich gern. Richtig. Und du wolltest einfach mal so freundlich sein... ... und ihnen entgegenkommen. Mhm. Find ich's nett von dir. Find ich, ich bin sehr stolz auf dich. Das muss mal hier erzählen. Ach, ich weiß, wo der Block ist, da deinem Keller fehlt. Ne. Hast du ein Inventar? Ja. Super. Ich bin stolz auf dich, dass du alles demontierst, was du findest. Ich geb mir auch große Mühe also. Das war jetzt nicht so wie gedacht, ne. Oh, ich pack die Sachen erstmal hier rein. So, dann haben wir hier die Erste, das kommt da oben hin. Der kann auch erstmal hier rein. Ich glaub nicht, dass ich jetzt irgendwas find, was ich aufsammeln möchte. Hem-Ex brauche ich auch nicht mehr. Kann auch jetzt mal hier rein. Ah, pack mir den Impfstampi auch wieder rein. So. Bisschen leerer. Bisschen aufgeräumter. Ähm, ja. Dann gehen wir hier hoch. Und fahren jetzt nach ganz rechts. Äh, links. Das andere rechts. Du lachst? Es gibt mehrere rechts. Rechts außen, rechts mitte, rechts links außen. Okay. Mitte außen mittelt. Gemittelt außen. Halb innen, halb außen. Ja, die Blöcke, die ich überall hinsetzen kann. Wie viel Manna verbraucht das Ding denn? Minus 17% Manna kosten. Fünf Manna. Hm. Super. So, wenn ich hier auf die Karte gucke. Gab's hier noch ein Altar? Hier ist ein Metroid. Da ist ein Herz. Da ist ein Herz. Da ist noch ein Herz. Ein Herz. Fühlt dich ganz allein. Mhm. Tom Stone. Da. Der ist ein Crimson Altar gewesen. Einer noch. Toll, ich habe mich selbst gebremst beim Minecraft fahren. Wir fahren jetzt nach ganz links da hinten. Denn da könnt ihr auf welche sein. Da waren wir allerdings nicht ganz so tief drin. Okay, das klingt falsch. Nee, nee. Klingt genau so wie es klingen soll, ne? Richtig. Klingt nur komisch richtig. Klingt nur komisch richtig. Jetzt mi einfach rein Ruh. Hier am Strand. Können wir sicher sein. Oder auch ntsch. Ahu, der ist schon wieder so empfähig. Wir sind immer so schnell in die Hunde analyse. dass du sie gar nicht abbauen kannst also eine Karte haben wir wieder da gerade so noch den hinter gerettet oh ja, 24 Leben diese Viecher machen doch einen enormen Schaden am Ökosystem brauch schon wieder so einen an lass mich, sag was du willst ich will auf ihr alle herzukommen hier ist doch nichts was es sonst gibt schade so reagieren die Unepfer so Unepfer reagieren sie, ja da ist nur ein Herz drin verdammt gibt es keine Altäre mehr keine Altäre mehr so erstmal über mir geschlossen ah hier ist Iron Ore boah geil wollte ich schon immer haben echt? nein damals wollten wir es haben da war ja genau das gleiche Problem wir sind nur kein Eisen gefunden aber jeden anderen Schaden aber jeden anderen Schaden so haben wir es halt für den anderen kack das haben wir alles was wir noch nicht das ist wir wollen ja und noch viel mehr ich wollte eigentlich H drücken ja danke irgendwann mal H gedrückt hat H wie Heimat ich nicht besitze bin Heimatlos mach mich auf einmal hoch geh weg ach leck mich auf arsch eine spinne hat mich grad getötet die jetzt gestorben ist weil sie am Verbrennen war weil sie am Verbrennen war ach Gott hast du wenigstens wieder was gefunden? ne gar nichts ich weiß ein bisschen ob da ich wollte mir grad mal dieses Eisgebiet angucken aber schön dass du hier irgendein anderes scheißen machst warum hab ich dir die Jungs zum gegeben? ne anstatt eh was hilfreiches zu tun guckt der sich irgendwelche Gebiete an ne 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 das ist doch hilfreich nein ist es nicht ich kann mir immer noch mit meinen Alpen zu tun ich hab gemerkt dass man ja irgendwie nicht so viel findet doch Schnee und Eis ja davon abgesehen Schnee Schnee und Eis und hältst du jetzt diesmal mehr aus? weise keine keine Gegner oder was? bis jetzt nicht ok ich renne ja grad die ganze Zeit vom Gegner weg keine Lust mehr um zu kämpfen macht so wenig Schaden dass es sich nicht lohnt zu kämpfen hm hm ah an welchem Internet liegt an was? was für ein nether du bist bei mir total dumpf und ruckelt ich bin dumpf und ruckelt sprichst du abgehakt bei mir? tut mir leid dass ich lagge ich hab halt nen Sprachfehler ich lagge halt gelegentlich nein scheint aber keine Ahnung welches ja kann doch meins sein meins stört sich ja sehr nicht ein Glück ach ich puddel jetzt immer wieder weiter runter naja während ich mich hier runter buddel und wir weiter Erze suchen sage ich tschüss denn wir haben wieder 20 Minuten erreicht 19 ja 20 jetzt und ja wie es weiter geht und warum er zur Hackfleisch verarbeitet wurde warum das in Deutsch steht frage ich mich auch gerade obwohl ich die englische Version habe das und vieles mehr erfahrt ihr erst in der nächsten Folge von Terraria Altbook Drive zwei Idioten unterwegs tschüss Tschüss